Ein Weber ist eine Person, die das Handwerk der Weberei als Beruf ausübt. Der Weber stellt aus Garnen verschiedene Gewebe her. Spezialisierte Weber waren die Tuchmacher, die ausschließlich feine gewalkte und geraute Wollgewebe, sogenannte Tuche, herstellten. Leinweber produzierten ausschließlich Leinwandseidenweber verwebten Seide. Beschreibung Verbreitete Webgarne aus einheimischen Rohstoffen waren Wolle für die Tuchmacher Eidflax oder auch Hanf für die Leinweberei. Daneben wurden auch eingeführte Rohstoffe wie Baumwolle, Seide und Barkend, ein Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle, verarbeitet. Im Mittelalter gehörte die Leinenweberei zu den unehrlichen Berufen. Der Webstuhl ermöglichte dem Weber, Stoffe von hoher Qualität zu produzieren. Allerdings brachten die mechanischen Webstühle und die Industrialisierung das Ende dieses früh sehr verbreiteten Handwerks. Dieser Umbruch brachte viele Weber um ihre Existenz. Und so waren die Weber mit einer der ersten Berufsstände, die die negativen Folgen der Industrialisierung am eigenen Leib erfahren mussten. Dieses Thema hat Gerhard Hauptmann im Drama die Weber dargestellt. In der Neuzeit wird die überwiegende Menge der Gewebe industriell produziert. Die handwerkliche Weberei wird nun eher als Kunsthandwerk betrieben. In der dritten Welt bestreiten aber noch viele Weber mit diesem Handwerk ihren Lebensunterhalt an bzw. unter der Armutsgrenze. Auch ist Kinderarbeit dort in diesem Beruf keine Seltenheit. Die Schutzheilige der Weber ist Radegundes. Handwerkliche Ausbildung im 21. Jahrhundert in Deutschland Weberin ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach der Handwerksordnung. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und schließt mit der Gesellenprüfung ab. Daneben gibt es die Möglichkeit sich in den Weberklassen vier Jahre außerbetrieblich auf die Gesellenprüfung vorzubereiten. Zum 1. Januar 2004 wurde die Handwerksordnung in Deutschland geändert. Der Meisterzwang für die Weberreihebetriebe ist weggefallen und das Weberhandwerk ist zum zulassungsfreien Handwerk geworden. Eine Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der dualen Ausbildung ist ab diesem Datum auch ohne Meisterprüfung möglich. Die erforderliche fachliche Eignung als Ausbilder ist bereits mit der Gesellenprüfung gegeben. Als Nachweis für die berufs- und arbeitspädagogische Eignung muss nur noch eine Ausbildereignungsprüfung abgelegt werden. In Österreich ist Weberrei eine von drei Ausbildungsmöglichkeiten im dreijährigen Lehrberuf Textilgestaltung. Bekannte Weber Zu den bekanntesten deutschen Weberinnen, die Textilkunst schufen, gehören Anni Albers, A.N. Müller-Hellwig, Ida Kerkowius, Gunther Stölzel und weitere Bildwirker, siehe auch, Seidenweber-Denkmal in Krefeld, Maschinenstürmer, Geschichte der Textilindustrie, Weberaufstand, Weber-Gleichnis.